Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich glaube, Erziehung hat mit allem was zu tun. Mit Bestechung, mit Erpressung, mit Schreien und mit Freundlichsein. Das Letztere ist notwendig, damit die Kinder die Lehrer nicht hassen. Oh! Früher konnte Lena ja auch noch laufen. Wir waren zusammen gegen das Haus. Dann wurde diese Krankheit immer schlimmer. Und jetzt sitzt sie am Rollstuhl. Es gibt Haupt- und Nebensätze, sie werden durch ein Komma getrennt. Ich wünsche mir, dass ich der Beste bin von der ganzen Schule. Auch von den Nichtbehinderten. Dann würde ich den anderen Kindern was beibringen. Hast du ein kleines Problem in der Klasse? Ich glaube, ich kann mich manchmal nicht so gut anschließen. Ich habe mich sehr aufgezogen. Ich habe mich sehr hart. Ich bin glücklich. Ich habe mich sehr hart. Untertitelung des ZDF, 2020